ja lo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE Folge 177 wir sind eben in Begriff ein paar Quests abzugeben die wir in der letzten Folge abgeschlossen haben ok, ich bin ganz hoher paar Damen und das haben wir, ne da ist es nicht Gefäße der Macht was war das denn, ah ok das komisch kleine Dorf da ja die Pläne die wir gefunden haben und Eisenbelts Kiefer oh 3 Gold und ja, nehmen wir das und wir haben ja theoretisch haben wir ja noch die andere Mütze im Inventar wo wir immer noch Steine für holen müssen wir können ja mal gucken ob da hinten Steine gibt ich meine, da gab es welche verfliegen aber der Bedürstin so, erstmal verkaufen 10 Runden hat ja mm Christoph tsch 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 f nu Dein Na noch Da gab es doch auch einen Händler für... Oder ist der das, nenne ich mal. Ah, richtig. Ich denke, da konnte man Meter kaufen, aber dafür braucht man hier das. Die Meter-Sockel, die Meter-Steine sind für die Meter-Sockel in den Kopf teilen. Falls jemand das nicht weiß, was das ist. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Gibt zu vieles nicht mehr, was es damals gab, ne? Fällt mir auch immer wieder auf. So. Kann es einfach nicht lassen. Gibt die Quest. Nicht lassen ab. Achso, okay. Ja, gehen wir mal gucken, wo uns das TomTom hinführt. In die Knochenwüste. Ach, 65. Das ist doch mal was. Aber 65 ist das Größte hier. Gibt da eine Elite, die hier herumreiert. Den glaube ich, muss man beschwören. Für eine Quest. Da ist es da so rum. Da tut Allianz, ne? Das ist doch nett, oder? Ja. Schreiben die... So, eigentlich kann man, ja gut, ich zeig euch gleich, wie man andersherum wieder rauskommt. Normalerweise kann man hier durch die Gänger flitzen, aber da wir ja faul sind, hüpfen wir einfach runter. Ich glaube, die gehören zum unteren Viertel. Ja. So, jetzt sagt er uns hier, blablabla, Bruder, blablabla, würde ich sagen, oh, richtig geile Sachen, aber das sind Dungeon Quests. Wie er sieht, gibt es hier coole Dinge, naja. Cooler, als ich, äh, nicht so cool, als ich gedacht habe. Naja, naja. Schwungen wir uns aufs Pferd. Ich, moin, danke, Moment, nicht. Wahrscheinlich sind wir die Einzige, die in der Guild Online oder so. Naja, doch nicht. Da, das hätte auch корrando. Daaaah. hier, das ist natürlich bequem, man macht einfach seinen Aspekt vom schnellen Laufen an und läuft hier raus, und dann kann man wieder aufs Pony holen, und edit direkt mal, ich dachte, 65 ist das größte hier, ich glaube hinterher, 66, 65 steht da, Mysterium, Mysterium, bei Nacht verschleppt, so wie gesagt, wenn man ein bisschen größer ist, ist das nicht das Problem, ach so, da sind die Elefanten, ne, ja, oh, ich weiß gar nicht, ob die mit Leuten funktioniert, ich hab die mal versucht, suchen wir die nochmal, vielleicht haben wir ja Glück, oder wir sind ja zu zweit, schnell was essen, warum gehen die denn da lang, wir müssen aber in die andere Richtung gehen, ich glaube, hier fing die Quest an, okay, okay, aber so wie es aussieht, scheint die zu funktionieren, sonst hätten wir ja schon ne Meldung bekommen, und hier, der Boden, der soll alles, äh, Skelette sein, darum die Knochenwüste, ein gefährlicher Ort voller Böser, Dinge, Praktisch ist natürlich jetzt, wir können einfach, ähm, bzw. unser Tank, äh, nehmt einfach die Agro, und wir haben kein Problem, und Leder, und ein grün, äh, ja, das doof ist, bei solchen, äh, Begleitgruppen, Quests, die greifen ja alles an, wie ihr seht, egal was, es wird alles angegriffen, ob groß, ob klein, alles, muss her, na gut, vor uns nicht das größtes Problem, so normalerweise ist das Ding nicht da, ja, mit dem Sand, Schaber ist fast, mhm, ich glaube, wenn die irgendwas tun würden, ging es schneller, Trommel, ach, ich glaube, dann kriegen wir nachher die andere Quest, wo wir dann Trommeln müssen, und diese Würmchen töten nachher, mittlerweile wird das wahrscheinlich mit Ton oder so, ja, dass so viel mit den Sprechblasen ist, je nachdem wo die dann sind, dass man, die Kamera ein bisschen neben und her drin muss, damit man lesen kann, was da steht, oder man guckt halt im Chattext, oder das weiß ich nicht, okay, okay dafür braucht man jetzt zwei mann ja das war jetzt weiß ich nicht vielleicht nicht mal zu lesen oder so keine ahnung ja ihr müsst im gebiet die knochenwüste sein wo sind wir denn hier ich würde fast sagen in der knochenwüste nein basislager okay ok 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 das verkaufen kann noch ein bisschen leder herstellen und irgendwann wieder weiter gespielt haben können wir uns auch die weste bauen warum war ich die weste die ich meine so in diesem sinne würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es wieder gespielt das dann oder das dann nach oben da das gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten folge auf wieder gesehen